Es ist immer noch sehr anspruchsvoll. Ich glaube, die Runde hat ja auch über 500 Höhenmeter. Also man muss schon in die Pedale treten können, aber es lässt sich trotzdem angenehmer den Berg hochfahren. Also man findet einen besseren Rhythmus als jetzt den ganzen steilen Berg. Ja, das ist immer noch ein Trailer. Wir sind die Rhythmus als jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020